Du! Fick nicht mein Kopf, Alter! Jungs, eine Frage. Kommt ihr aus Dortmund? Ja. Wisst ihr, auf zufälliger Weise, wo man ein gutes Hotel kriegt? Guten Tag, Herr Sales, mein Name. Haben Sie noch einen Platz bei Ihnen im Hotel für heute Abend frei? Dann komm ich gleich vorbei, ja? Alles klar, ciao. Okay, Jungs, ich danke euch. Die 15.000 habt ihr euch verdient. Bisschen mit euch chillen. Ich hab auch Geld, Jungs. Ihr seht alles. Was geht's? Wohin geht's, Alex, Malek und so? Ja, alles gut, ja? Ich hab auch Geld, Jungs, ehrlich. Es geht nicht um Geld, ja? Ich geb euch auch ein bisschen aus. Wie sieht das? Wir chillen. Wallah. Wallah, alles gut. Schade, Jungs, ehrlich. Alles gut, Bura. Ich komm einfach so mit, Bura. Scheiß drauf, ja? Also, ich mach grad Werbung für einen neuen Laden von mir. Und da öffnen wir eine Schwulenkneipe. Und sie waren so zwei Kandidaten, die wir einladen würden. Dann muss ich mal ein bisschen aufpassen, wenn wir antworten. Ich störe euch auch nicht. Ich bin ruhig. Das Ding ist, Bruder, wir chillen jetzt für fünf, Bruder. Aber guck mal, fünf ist doch so eine ungerade Zahl. Wir wollen keinen dabei haben, Bruder. Fünf ist aber ungerade, Bruder. Sechs, so. Bruder, lassen wir jetzt gehen, ja? Bruder, heide. Ich komm nur mit, ich bin ruhig, Bruder. Bruder, das Ding ist, Bruder, du setzt dich jetzt nicht bei uns an den Tisch. Die 15.000 habt ihr euch verdient. Ey, ich danke euch wirklich. Korrekt. Mir hat bis heute keiner geholfen. 15.000 drin ist Euro. Du setzt dich jetzt nicht bei uns an den Tisch. Ein Tisch weiter dann? Nein, ist egal, Bruder, es geht nicht darum. Bruder, ich hab doch keine Freunde, ich komm noch aus Frankfurt. Bruder, das Ding ist... Bruder, das hat kein... Heide, wloch, wosch, koja, warte. Heide. Bruder, kannst du uns in nur lassen? Entschuldigung. Ja, bitte? Alles in Ordnung? Alles super, bei Ihnen auch? Okay. Kennen wir uns oder auch? Nee. Okay. Aber ich bin jetzt noch vollständig. Warum was denn? Da ist die Laufmetschlaufe. Nein, nein. Ich bleib nur stehen, wenn die Blech stehen bleiben. Ein bisschen, ne? Nein, nein. Wir müssen keine Freunde. Oh, bitte. Wenn ihr in der Schule aufgepasst hättet, dann schaut euch an, was aus euch geworden werden könnte. Was machst du denn beruflich? Bitte? Was machst du denn beruflich? Das Beste, was man beruflich machen kann, ist Geld verdienen. Versteht ihr das? Auf welcher Art und Weise Geld verdienen? Geld verdienen, indem ihr einfach euren Arsch bewegt und nicht hier 24 Stunden in der Stadt rumläuft. Wir kommen nicht mehr von hier. Das ist ja egal, von wo ihr kommt. Ihr habt doch bestimmt auch da, wo ihr herkommt, eine Stadt oder nicht. Ja, ja. Genau. Und wenn ihr da dann den ganzen Tag rumhängt in den Shisha-Bars und hier, keine Ahnung, ne? Verstehst du? Dann wird aus euch nichts. Aber das, was ihr lernen müsst, das weiß der Kollege da. Geht ihn, fragt ihn. Ne, der im Taxi. Ich hab mir das geschworen, nächstes Mal, wenn ich das sehe, mach ich das. 200 Euro für deine Weste. Ne, danke. Was brauchst du? Unbezahlbar. Hör doch auf jetzt. Ich geb die nicht auf. Warum? Ich hab mir geschworen, nächstes Mal, wenn ich diese Weste sehe, hol ich mir die. Hast du einen Preis? 300. 240, 245. Dann gib mir den Firma wieder, der ist scheiße. Der kann wieder weg. So, 280, 300. Ganz einfach. Und du holst dir zwei neue davon. Ich geb dir jetzt auch nochmal, guck mal, ich geb dir jetzt auch nochmal, 30 oder 50 Euro für deine Käppi noch. Dann haben wir bis heute mit 350 Euro zu Hause. Und die Käppi? Genau, die Käppi. Gar nicht. Hat einen anderen Wert. Ja. Dann, pass auf dich auf. Mach's gut. Oh, ja, ja. Alles gut, bleib ruhig. Alles gut. Oh, ich kenn das. Und bei welcher Friseur warst du? Ich? Ja. Warum? Sieht gut aus. Amok. Na, ich war bei Bergkant. Das war einer Keller-Harsch. Wollte sagen, du sollst aufwärmen, Bruder. Richtig müde, ehrlich. Ich schlaf alles. Mir will irgendwie keiner helfen, aber ich brauch einmal kurz... Ich geb euch Jungs, ich weiß, wenn ich jetzt frage, sag sowieso nein. Ich geb... Nein, nein, Geld hab ich, wie du siehst. Ich möchte einfach nur anrufen. Ich schwör's nicht. Ich geb doch mein Handy, wo Akku leer ist, geb ich auch. Bitteschön. Keiner will mich anrufen lassen, Digga. Das wär korrekt, Jungs. Ich geb euch das in der Hand, bitteschön. Hier. Nehmen wir uns als Pfand in der Hand, Digga. Bitteschön. Ich renn damit nicht weg, Bruder. Ich will wirklich nur anrufen. Wollen wir filmen, Bruder? Jo. Ich würde gerne... Ihr Blut, das riecht sehr süß. Nein. Ich würde das gerne trinken. Jungs, eine Frage. Wisst ihr wo die Designstraße ist? Wie bitte? Designstraße. Wie bitte? Designstraße. Die Designstraße. Die Designstraße machen. Ne. Weiß ich nicht. Aber ihr habt schon dieses eine Machsinnig, ne? Wie bitte? Dieses eine habt ihr schon, die das Machsinnig, ne? Von vorgestern. Nein. Habt ihr das nicht gemacht? Was denn? Dieses eine von meinen Machsinnig. Okay. Warum? Wir waren das nicht. Ihr wart das nicht mit den Machsinnig. Nein. Also das mit den Machsinnig, sie wart ihr nicht. Ja. Ihr seid euch sicher. Ja. Ihr seht nämlich genauso aus wie die einen, die das gemacht haben. Weil mein Machsinnig ist mir sehr, sehr wichtig. Wir waren das wirklich nicht. Wir hatten gestern Training. Ja. Ey. Ey. Habt ihr mich denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kommt ihr aus Dortmund oder was? Aus Norton. Aus wo? Norton. Holländische Grenze. Boah. Die Leute hier sind so richtig dumm. Wo kommt man? Wo ist das Tastenfeld? Da ist er schon. Bester Mann. Ey. Rett meinen Arsch gerade. Hallo. Wo bist du Alter? Ich will die ganze Zeit. Was aggressiv. Bruder was laberst du? Bist du behindert? Juhu. Fick nicht mein Kopf Alter. Bester. Boah. Bruder du hast den Zug gedauert. Boah. Guck mal da hinter euch die Kamera. Boah. Ja. Juhu. Bester Mann Bruder. Zu Youtube. Ich hab euch noch ein bisschen verarscht. Ich hab euch noch ein bisschen verarscht. Ich hab euch noch ein bisschen verarscht. Ja. Bester Mann Bruder. Ja, ich hab euch noch ein paar Zeit. Was hat das Macher? Ah, das war's. Das war's. Das ist ein YouTube-Bunny. Aber ich glaube, dass das auch wirklich was. Einer, ich sehe es, ich sehe es. Ich bin mal ein YouTube-Bunny. Das ist noch ein, Boi. Wallah. Bei der Kamera, schauen wir gleich. Ich bin ein wenigstens. Bis zum nächsten Mal.